Nicht handelt, wa? Lass da bei dem Hintergrund die Glowspülung oder was ist da los bei dir? Nee. Nee. Das ist die Spüle. Muss ja auch mal Geschirr sauber gemacht werden und so. Shadow? Ist das Ding angekommen? Ah, sehr gut. Es hat geklappt. Alter, ich zeige es im Stream, damit ich hier nicht quasi so tue als ob. Das wäre ja auch doof. Inneres Fenster. Anzeigen. Komplettes Fenster, komm hier. Zeig dir nur nicht an. Der Unko ist zu dumm, der Unko ist zu dumm. Egal, ich glaub mir das auch so. So, mit der IP wisst ihr ja das, was hinter dem Doppelpunkt steht, das ist der Port. Den musst du ja am Anfang weglassen. Ne, also der fragt nach der IP. Da gibt er nur das vor dem Doppelpunkt ein. Danach fragt er nochmal nach dem Port. Da gibt er die 7... Der Port steht da ja schon drin, oder? Der Port steht da ja. Ja, genau. Warte, ich kann hier, warte mal hinzufügen. Monitoraufnahme. Und dann machen wir mal hier Monitor 3. Ich habe nämlich 3 Monitore aktuell hier dran. Und da, da sieht man es hier. Wuhuu. Da ist. Hat geklappt. Sehr fein. Ich freue mich. Ich hoffe, der neue Besitzer eines Terraria Keys freut sich auch. Und so züchten wir jetzt unsere Serverspieler hier. Was will Jeff eigentlich? So, auf jeden Fall bedanke ich mich für den schönen Abend mit euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch mit dir wieder, Alex, ne? Ja, ich bedanke mich auch bei allen, die zugeschaut haben. Und wir freuen uns natürlich über Aktionen wie Favorisieren. Und ich sag das immer wieder, ne? Es klingt schon so ein bisschen wie ein Betteln. Aber geht auf den YouTube-Kanal und abonniert ihn. Vielen Dank. Und damit verabschiedet sich der Onko. Also der Onko verabschiedet sich. Und zockt. Und der... Heisenberg. Und der Heisenberg. Der verabschiedet sich, glaube ich, selber. Verabschiede ich. Bei mir zumindest. Also... Ich hab mich doch schon verabschiedet. Ach, du hast dich einfach nur drangehängt. Du faul, oder? Ja. Alles klar. Bis denn dann. Du bist am einfachsten. Jo, bis denn, Leute.